Musik Glaubst du Harf sucht noch Leute? Abgehört er will später ein großes Ding drehen. Es ist verrückt geworden, nur verrückter als sonst. Ja, hab mal gegen Batman gekämpft, hat mir den Arm an drei Stellen gebrochen. Aber ich denke, dass der Blitz niemals an einer Stelle zweimal einschlägt. Ihr macht diesen Frieden die Abt! Poison Ivy ist in der Stadt? Wirklich? Mit dir habe ich eine Rechnung offen seit dem Asylum. Sprecher 5, Zentrale. Vatilierer in Steinerzone. Kommen. Sprecher 5, Zentrale. Das letzte Mal bin ich bei dieser Geschichte mit Protokoll 10 vor ein paar Monaten mit der Fledermaus zusammengestoßen. Mann, das ist lange her. Er hat ein paar von uns vor dem Monarch vermöbelt. Der Bastard hat meinen Arm gebrochen. Schau mal, wie der aussieht. Wenn wir hier fertig sind, wird nichts von dieser stinkenden Stadt übrig bleiben. Pass auf! Es ist Batman! Scheiß drauf! Ich haue! Batman! Es ist Batman! Irgendein Freak hängt gleichen an Ketten auf. Klingt echt fies. Lass uns das ansehen. Warum tut ihr das? Du stellst hier keine Fragen, du Pfeife. Genau, wie wäre es, wenn wir dir die Lippen zusammen tackern? Willst du das? Dachte ich mir. Ich will, dass du Ruhe gibst. Nur wenn wir dich vermöbeln, will ich dich winzeln hören. Macht es noch lustiger. Wie Musik in mein Ohr. Der Klinik muss es hier! Lauf! Auch den macht, du Tocke, erst hier! Pfeife! Willst du fahren? Zwerger 12 in Hörle, wir verfolgen Kondaliere auf Bleak Island, kommen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017